Hallo, hallo, hallo. Hier ist nun der 55. Tag in meinem ... Heute, am 55. Tag, bin ich eine ganze Zeit lang noch in meinem Büro. Aber ich werde heute laufen. Ich habe mir vorgenommen, heute gegen halb sechs loszutigern. Also heute Abend um halb sechs loszutigern. Und dann gucken wir mal, wie lange ... Stündchen. Stündchen ist gut. Aber jetzt muss ich erstmal hier noch was schaffen. Sehen wir mal. Jetzt bin ich unterwegs. Es ist kurz vor halb sechs. Ich will so eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger, aber auch nicht viel länger. Ich habe doch schwere Beine von gestern. Wenn ich eine Stunde laufe, ist alles cool. Dann bin ich zufrieden für heute. Also ich hau mal rein. Ich bin jetzt mittlerweile 90 Minuten unterwegs. 90. Dabei wollte ich eigentlich nur eine Stunde machen. Irgendwie habe ich weitergemacht und weitergemacht. Ach, was weiß ich. Ich bin total bescheuert manchmal. Mir tun nämlich die Beine weh wie die Sau. Ich brauche jetzt noch gut fünf Minuten, dann bin ich daheim. Aber ich habe heute Abend noch Programm. Ein bisschen Gartenarbeit ist angesagt. Ich will noch den Rasen mähen. Was ordentliches zu essen machen, muss ich mir. Und dann gucke ich mal, was die Waage so sagt. Bin echt mal gespannt. Das ist mein Abendprogramm für heute. Das heißt, morgen geht es dann in alter Frische weiter. Ich hoffe, ich bin dann frisch. Aber momentan fühle ich mich nicht so. Morgen ist der 56. Tag. Ich sage heute am 55. Cheerio Miss Sophie. Man sieht sich. Ich sage heute Abend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020